Hallo zusammen, hier sind wir wieder bei einer unglaublichen Analyse einer Ladekurve. Yes, wieder unglaublich interessant und natürlich sehr unterhaltsam. Heute schauen wir uns an Volkswagen ID.7 Tourer mit ID.Software 5.0. Ich habe nämlich irgendwo gehört, dass vielleicht mit 5.0 die Ladekurve anders sein soll, besser oder schlechter, das wusste ich nicht. Und als ich mit dem Tourer vor zwei Wochen einen Reichweitentest mit 130 kmh gemacht habe, bin dann mit 6% bei Ionity angekommen, habe ich dort die gesamte Ladesession gefilmt von 6 bis 90%. An dem Tag, als ich den Reichweitentest gefahren bin, hatte es so in der Früh 18 und dann als ich angekommen bin, 26 Grad. Als ich die Ladesession durchgeführt habe, ging es von 26 auf 30 Grad hoch. Und was ich bemerkt habe, nicht beim Laden auch ein bisschen, aber vor allem dann zu Hause, als ich die Daten ein bisschen so analysiert habe und die Ladekurve aufgeschrieben habe und alles, ich glaube, dass der ID.7 mit der Kühlung nicht nachkam an diesem Tag. So, wie gesagt, 30 Grad, Batterie war 100%ig auf guter Temperatur, aber nicht heiß zum Laden, also hatte bestimmt 25 bis 30 Grad Temperatur in der Batterie vorm Laden und dann eben angefangen zu laden. Wir schauen uns die Ladesession von Ionity an, die habe ich abgefilmt. Und sie ist einfach, sie bricht ein und ich glaube, es war eben zu warm mit den 30 Grad und in der Sonne und dann mit 190 kW Laden. Ich habe hier auch die Ladekurve von meinem ID.7 Hank mit ID.Software 4.0, wo ich eine Ladesession im Dezember, 16. Dezember, gefilmt habe. Da war es natürlich nicht heiß, aber ich habe mit der Batterieheizung manuell vorgeheizt, dass die Batterie gute Temperatur hat zum Laden. Die war aber nicht voll, sie war so auf 95%. Sie hätte noch zwei, drei Minuten gebraucht. Ich habe gesagt, nach zwei Sekunden, wenn er lädt, dann wird das schon gut sein. Und ich stelle die zwei dann gegenüber, dass ihr seht, dass da auch andere Unterschiede sind in der Spannung. Aber dann, wie gesagt, werden wir sehen beim Tourer, wie er einbricht. Und als ich im Auto saß, ohne Klimaanlage übrigens, weil das dann die Ladeleistung, wo ich es beim Abfilmen, beim Lader falsch mache, weil dann steht wieder, wenn man lädt und hat die Heizung oder Klimaanlage an, dann tut ja der Lader die Power dafür bereitstellen. Und dann steht halt nicht 190 kW da, sondern 192. Und deswegen ohne Klimaanlage dort gesessen. Und ich habe dann aber die ganze Zeit den Lüfter gehört, immer ein und aus, und zwar extrem, also dass das ganze Auto vibriert hat. Und ich verstehe es ja auch, 77 kWh, die mit 190 kW reingeladen wird, das ist eine Menge Energie. Es gibt Ladeverluste, das heißt Wärme, das muss gekühlt werden. Aber weil ich das sehe, kommt der ID.7 damit nicht zurecht. Es war ihm an diesem Tag zu warm. Und nach einem 130 kmh fahrt, jetzt bin ich nicht 1000 km gefahren und 100 Mal schon geladen, aber auf alle Fälle war es ihm an diesem Tag zu warm mit der Sonne und 30 Grad und richtig reinladen. Und ich zeige euch das und ich habe einen wunderschönen Vergleich hier, wie man eben das dann alles sieht mit der Ladeleistung, wann das einbricht und dann vor allem auch mit der Spannung und so, das ist wirklich interessant. Und dieser Einbruch dann, sieht man dann am Schluss von 10 auf 80 Prozent, sind einige Minuten. Aber schauen wir uns jetzt an. Ihr wollt einen Überblick über eure monatlichen Kosten für euer Elektroauto. Ihr wollt wissen, was habt ihr geladen, wie viele Kilowattstunden, was war eure Spitzenleistung, was ist euer Verhältnis zwischen AC und DC-Laden, welche Strecken seid ihr gefahren, wohin, wie viele Kilometer, was war euer Durchschnittsverbrauch und ihr wollt das nicht alles selber immer aufschreiben, dann ist Tronity genau das, was ihr braucht. Tronity verbindet sich mit eurem Auto, viele Marken werden unterstützt und dann in der App oder in dem Browser könnt ihr diese Daten dann alle einsehen. Außerdem gibt es ein 100 Prozent finanzamt konformes Fahrtenbuch. Meine Zuschauer bekommen 25 Prozent Rabatt, wenn sie den Link in der Beschreibungsbox benutzen. So, hier auf dieser Seite haben wir den Tourer, der jetzt bei 6 Prozent angefangen hat zu laden und auf der anderen Seite haben wir jetzt Henk im Dezember, wo ich bei 10 Prozent angesteckt habe. Habe sie aber synchronisiert, dass sie an der gleichen Stelle sind und man sieht, dass im Moment ist die Spannung schon ein bisschen auseinander. Die Spannung ist nicht gleich, das kann mit den Zellen einfach mal passieren. Und Henk ist auch jetzt schon bei 190 Kilowatt hier, bei 22 Prozent, das schafft der Tourer nicht. Der ist erst bei, wann denn, 27, 28, 28 Prozent bei 190 Kilowatt. Beide gehen nicht höher als 500 Ampere, das ist der CCS-Standard und auch der, was Ionity schafft. Und hier bei 36 Prozent geht der Tourer nach unten, 143 Kilowatt, wo Henk immer noch bei 170 Kilowatt ist. Geht wieder hoch jetzt der Tourer und fällt gleich wieder ab. Also er holt sich jetzt ein bisschen, Kühlung kommt nicht nach und er geht wieder runter auf 147 Kilowatt. Und Henk ist jetzt schon bei 50 Prozent, wo hier nur 48, 49 Prozent. Geht aber dann noch weiter auseinander, dass dann mein Ionity 7 3 Prozent höher ist als der Tourer hier. Jetzt auch 106 Kilowatt. Henk hat bei immer noch 120 Kilowatt bei 60 Prozent. Und der Tourer ist schon unter 190 Kilowatt, jetzt bei 60 Prozent, 82 Kilowatt. Komisch ist aber, das werden Sie in der Kurve dann sehen, hinten raus, so bei 75 Prozent, 80, ist dann der Tourer drüber. Also er hat sich irgendwie mit der Kühlung so erholt, dass er mehr dann reinbekommt, was mein Ionity 7 im Dezember dann nicht mehr konnte aus irgendeinem Grund. Und man sieht es jetzt auch bei, meine Spannung ist dann natürlich auch höher, weil ich habe auch einen höheren Ladezustand hier. Und wir werden es dann auch sehen, dass dieses kleine Hitzeproblem hat dem Tourer auch dreieinhalb Minuten gekostet. Weil er braucht 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent, wo mein Ionity 7 im Winter 25,5 Minuten braucht. Also wir werden sehen, also jetzt gerade eben war es, 80 Prozent sind nach 26 Minuten erreicht. Ich habe bei 10 Prozent angesteckt, aber wenn man ansteckt, die Ionity zählt schon die Zeit, wo er nur noch sich verbindet. Und dann gibt es natürlich auch den Prozess, wo er erst nach oben gehen muss mit der Ladeleistung. Das dauert auch ein bisschen, deswegen sage ich 25 bis 25,5 Minuten braucht er ungefähr im Winter. Und dieser Tourer hier hat eben dreieinhalb Minuten länger gebraucht. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es zeigt mir, wir sehen es dann nachher gleich in der Kurve, dass die Kühlung mit dieser Wärme, und es war jetzt nicht 40 Grad, also wir sind in Bayern 30 Grad, wenn ich jetzt irgendwo in Südspanien bin und so und habe 40, 45 Grad in der Sonne, dass das dann vielleicht noch mehr Probleme geben könnte. Das muss man sich halt eben anschauen. Also Tourer habe ich bis 90 geladen, 90 Prozent, und mein Ionity 7 habe ich damals bis 95 Prozent geladen. Hier haben wir nun die schöne Kurve, und wir werden es dann gleich im Vergleich zu Hank sehen mit der Kurve, wie anders das ist und wie er da abgefallen ist und dann hinten wieder raus geht. Aber man sieht hier wunderschön den Abfall hier und hier nochmal. So, man denkt, das sollte eigentlich hier so entlang gehen, aber geht zweimal nach unten und dann hier unten, denkt man sich, er fängt sich wieder, aber wir werden es gleich im Vergleich sehen. Nein, er fängt sich nicht, er fängt sich erst hier hinten raus. Wenn ich nämlich jetzt hier umschalte, dann blau ist jetzt mein Ionity 7 im Dezember gewesen und rot ist der Ionity 7 Tourer im August bei 30 Grad. Und sehr, sehr interessant. Wie gesagt, hier sind die Zeiten, 29 Minuten, 25,5. Auch lustig zu sehen ist, ich habe den Tourer ja bei 6 Prozent angesteckt und die Spitze von 191, fast 192 kW kommt er später hin, so 2, 3 Prozent Ladezustand höher. Und dann eben hier nach unten, hier kommt er fast wieder hoch, geht wieder nach unten und die Ladekurve bleibt dann unter dem von meinem Ionity 7 bis hier hinten raus bei 75 Prozent circa. Und dann hier hinten, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Das lasse ich mir jetzt eingehen, dass das Lader und Ladetemperatur und Batterie und so weiter, Spannung und so weiter, das würde ich jetzt sagen, ist ziemlich gleich. Aber diesen Unterschied hier, den man sieht, würde ich jetzt bei jedem anderen Auto sagen, ah, der lädt besser und der lädt schlechter und das nur, weil es 30 Grad hatte. Ich bin ja nicht 180 gefahren oder habe voll beschleunigt für eine lange Zeit und dann, die Batterie war ja nicht kochend heiß und dann wollte ich voll laden, sondern ja, bei 18 bis 26 Grad, 130 gefahren, aber nicht beschleunigt, sondern konstante 130. Natürlich braucht er ein bisschen Energie, aber nicht jetzt Megapower. Die Batterie war auf alle Fälle perfekte Temperatur zum Laden, aber ich glaube nicht jetzt mega heiß deswegen und dass die Kühlung dann da nicht mitkommt. Und wie gesagt, Bayern bei 30 Grad ist jetzt nichts mega außergewöhnliches. Es ist jetzt auch nicht furchtbar schlimm. Ich habe eher die Angst, wie gesagt, wenn man in Südspanien ist oder keine Ahnung wo und dann, dass das dann schlimmer absackt und dann man dann 10 Minuten länger oder so steht beim Laden. Genau, also das war jetzt meine Erfahrung mit diesem Tourer und in der Hitzeladen. Ja, und bald, ganz wichtig, bald Ende September bekomme ich einen Tourer Pro S und sogar mit 19 Zoll Reifen. Dann wird das wunderschöne Reichweiten-Test und ein neuer Lade-Test mit dem Pro S wird dann kommen. Unglaublich! Und auch Anfang September gibt es dann auch leckerbissen ID.3 GTX mit der 79 Kilowattstunden-Batterie. Da wird es auch Lade-Test. Hoffentlich schaffe ich einen Reichweiten-Test beim Heimfahren. Wie gesagt, gibt es tolle Events, die jetzt dann kommen. Da freue ich mich schon sehr. Und dann Polster 3, Polster 4 auch. Ja, das wird unglaublich lustig. Wer mir auf Instagram folgen will, batterylife1 und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox und hier auf YouTube kann man das mit Kanalmitgliedschaft machen. Und wer wissen will, was so hinter den Kulissen so passiert, ich habe bald ein paar Events, wo ich hinfahren muss und wo ich in der Schweiz bin und dann in Bad Hölz. Was da so hinter den Kulissen passiert, kann das machen auf meinem dritten YouTube-Kanal Behind the Battery auf Englisch. Aber das war es von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao!